Was schießt denn das halt da? Tschüss! Sooo Ich muss jetzt ein bisschen rumfliegen und mal gucken wie das funktioniert Airscan Ah, können wir zum Airscan dann vielleicht da Aushilfe schaffen? Nö, tut mir gar nichts Helikopter im Anflug, wir geben mich zum Einsatzgebiet Das Ding haben aber im Grunde theoretisch was geschrottet Theoretisch Praktisch? Keine Ahnung Praktisch sehe ich da vorne sehr viel zum kaputt machen F点어 Gaito F'n Fä da Fä da Fä da Fä da Fä da Ist ein Hacker bereit? Ich stelle ihn durch. Es geht los, Alejandro. Rico, ich habe einen Weg gefunden, die Raketenwerfer auszuschalten, die die Basis schützen. Okay, und wie? Wir müssen die Raketen in Abschussposition bringen und abfeuern. Sobald ich das System übernommen habe und die Raketen abgefeuert wurden, sind die Werfer nutzlos. Und da komme ich ins Spiel. Ganz genau. Die Werfer sind gesperrt und der Schließmechanismus wird durch je zwei Generatoren mit Strom versorgt. Die müssen... weg. Alles klar. Und wenn die Werfer erstmal in Position sind, finden wir... vielleicht noch einen anderen Verwendungszweck für sie. Dürfte lustig werden. Bodenluftraketensystem ist... Mach mal bitte. Danke. Ah, das Ding noch. Warte. Was soll man hier noch kaputt machen, in dem Haus? Was soll ich denn da noch kaputt machen? Sieht ihn jemand? Nö. Das ist aber auch nicht. Hat doch nichts. Es gibt hier jetzt einen Hinweis, was das sein soll. Äh, in dieser Radarschutz ist ein Vorschrift hier erlänger der Kinos. Äh, nö. Ah, okay. Es ist sicher abgefeuert werden. Mal das mal wieder. Natürlich bewege ich mich. Ich glaube, du bleibst hier oder was? Jetzt bin ich verblüht. Hä? Ein Gegner! Na schnell! Ah ja. Ich gehe in Deckung! Schnell! Unter in Deckung! Wo steht der da? Nee, die ist da. So was. Los, los! Wir haben uns in der Welt. Los ist es einfach! Es geht los! Oh! 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 Halt doch mal die Fresse jetzt. Also hier ist definitiv nix grad. Jetzt seh ich grad irgendwo nix. Nee, ich hab gedacht er bleibt jetzt steher. Hä? Kommt die wieder hoch. AGB. Halt dir Vorsicht. Nö, das ist nicht. Hä, wo soll das denn sein? Wo soll das sein? Nein. Sicherungsgeneratoren. Ist das jetzt wieder auf? Das sehen die aber neu aus. Ich glaub das jetzt nicht. Ich soll doch mal auf mich zu schießen. Hier war die Generatoren kaputt. Hä? Was war das? Hä? Hä? Du tötest oder werdest du tötet? Hier bleibe ich nicht. Höpfe hoch! Er bewegt sich schnell! Du tötest! Du tötest! Du tötest! NYPD! Du meinst das eigentlich. Du hast aber Rode was zerstören können da. Das wird hier angezeigt. Das wird hier angezeigt. Aber was soll denn das sein? Ich muss ja erstmal suchen. Höpfe hoch! Hä? Nee, das ist irgendwie... Hä? Nee, die was? Kann ich da ins Gebäude rein oder... Nö, da kann ich nix machen. Also ich bin jetzt mal echt verwirrt, weil der Teil ist futsch. So, Sicherungsgarantor des Ostwerfers zerstören. Ne, das geht schon mal nicht auf. Oh, die Twister drücken ja auch frei. Also... Na, mit dem Enderhager, das habt ihr ja nicht so geiles Spielzeug. Äh, welche Generatoren zum Fick. Darüber hätte ich was mal eingebaut. Oh, Rico. Alter, zählt er nicht einmal. Der ist schon mal auch nicht. Hä? Bin ich halt nur dumm? So, sie haben einen Schritt, wir auf kurz ist es ganz schnell, das ist schon so armselig. So, sie, trotzdem soll ich so schnell fehlen. What the fuck? Generatoren zu stören. Äh. Kann das sein, dass wir UN-Nunz nehmen? Ha. Ganz blöd gefordert. induft. Kann dran, vor Lkw. Arschloch? Da muss ich einen Gegner finden. Nee, aktuell lebe ich gerade ganz gut. Und du? Das bringt eigentlich auch nichts. Wo soll das sein? Wie komme ich da hin? Vor allem, ich kann mir weder in die Tür noch rein, noch sonst was. Ist alles zu hier. Ja, war da gerade das rot? Ne? Also das ist gerade nicht nachvollziehbar, was ich machen soll. Also mach es schon, klar. Sicherungsgenerator der Ostwerfers zerstören. Nordwerfers und Westwerfers. Sollen die sein? Genau. Torn sind jetzt nicht so schwer zu übersehen. Ah, ein Kampfjet. Okay. Was weiter nichts ist. Naja, halt so, aber das ist jetzt hier gerade. Bisschen crappy. Jetzt muss man hier, also das ist von mir aus irgendein Gebiet ist und die ein bisschen suchen. Okay, klar. Kein Thema. Darüber hätte ich noch was. So, das ist für mich ein Generator. Ah, der zählt ja nicht einmal. Und tschüss. Sag mir, wohin ich schießen soll. In dein Gesicht, wenns geht. Hä? Darf ich die noch nicht machen, weil ich hier zu früh bin, oder? Da geht's auch nirgends rein. Moment. Äh, falsch. Wirst du normal? Wir da. Wbleぴ. Schwer, wegzuhouter. Entsch på, eins rein Ste Get rip! Ahhhh, war noch ein Zweierer? Jo, viel Spaß dabei. Bin mal weg. Ah ok, so sehen die Dinger aus. Ok. Das ist keiner. Das ist ein Fahrzeug. Ah, da geht noch was runter. Da ist der Ander. So, und jetzt war weiter dann jetzt. Der erste Werfer ist freigeschaltet. So, sehr schön. Ich bin jetzt hoch. Hi, ich bin's. Rico. Rico, gleich runterfall. Rodriguez. Ah, ein Uffwind. Ah, nix geiles. So. So. So, der ist kaputt. Einmal zum Nachladen. Nimm mal eine andere Waffe. Nimm mal die. Oh, da ist mal eine Sprengfunktion. Pass auf! Der kommt, der kommt, der kommt. Alarm! Alarm! Achtung vor dir! Der kommt. Welch hab ich hier? Wo wirst du die Granade hinkriegen? Los! Los! Du gehörst mir als Sack. Hey, wo bist du? Hier. Einfänger, neuer Waffe, jetzt Militär wieder weg. Perfekt. Kurz mal nachleihen auf 5 weiter Fälle. Kommt schon, wir finden ihn. Hält ihr das? Weiter so, weiter so. Wo kommt dieses... Oh. Oh. So. Einer? Krieg was von mehreren mit, meistens. Ja genau, ich lebe so eine Sprengung hinterm Rügel, ist okay. Wie will ich den jetzt noch fressen? Pint. Ist ja schlimm. Lüge. Wo könnte man das sein? Ich weiß, wie wir... Oh, guck mal, was wir da haben. Darf ich dir kaputt machen? Bis dann. Tschüss. Ja, auf dem Dach wird's nett sein. Der Raketenwerfer. Irgendwer muss ihn aufhalten. Hey, meins. Ich würde dann eher die Waffe hergeben dafür. Kurz hier nachladen. So. Ja, ja. Wechsel ruhig. Dann wird er drüben sein. Irgendwo. Bin doch schon da unten. Ah, gefunden. Wie das gesichert. Ich glaube, wie rast du ausstu? Der nächste Werfer ist bereit. Aktiviere den Raketenwerfer. So, ist gut. Loll. Wir sehen mal, wie das Ding rauskommt. Hör mal auf. Hö. Ich will eben nach der Oberkurt sehen, wenn ich darf, bitte. Ja. Guck mal, was er in Luft macht. Ganz tolle Sachen. Das ist aber nicht nötig gewesen. Ah, danke schön. Ah, das ist voll lieb von euch. Dann mal los. Das ist voll lieb von euch. Das ist gewesen. Sonst schönes Bierzeug. Nur für mich. Feindsicher Flieger entdeckt. Waffen bereit machen. Aha, daneben. Aha, wieder daneben. Mal schießen, der Drecksack. Da drüben. So, jetzt hörst du mal auf hier. Das wird mir eine ganze Sprache. Wie geht das denn kaputt? Das ist mir verarschen. Und dann landen wir halt kurz. Das war nett. Gell? Ich find's auch toll. Arschloch. Klar, wir schießen mal eine Kette drauf und der Generator verreckt, ne? Das hat Logik. Ich glaub, die Dicke hier ist fötch. So. Warte mal. Seewarbe. Oh nein, Rico. Bitte nett. Ich wollte gerade so abheben. Fahr ihn hoch. Das wird super. Oh ja. Okay, du kannst mich abholen. Ich bin in der Garage im Südwesten der Basis. Schnapp dir ein Auto und komm vorbei. Wenn du da bist, hoop einfach. Das ist der Schreck. Kacke. Der Ben halt schnell. Warte mal. Ich greife das Ziel an. Soll ich mal ein Auto schnappen im Südwesten der Basis? Okay. C1. Das war aber echt wieder nicht notwendig. Das ist so liebevoll. No, Rico. Oh, ein Miesgebohr. Das soll doch aufmachen. Jimmy, du hörst jetzt, mein Handchen festzuhalten, mich vom Lenker abzuhalten. Abfahrt. Hä, wohin? Ach, da. Ach. Ich bin in einem Fahrzeugstück-Garage. Hab ich doch. Ach, die ist das. Ich komme, ich komme. Hä, wie du fand das? Ja, komm rein. Wir müssen eine Konsole auf der anderen Seite der Basis erreichen. Aber zwischen der Konsole und uns liegt eine Schlucht. Über die müssen wir rüber. Okay. Ich hab mir den Grundriss der Basis genau angeschaut. Wenn wir schnell genug über einen der Werfer fahren, könnte doch ein lustiger Weg sein, auf die andere Seite der Schlucht zu kommen, oder? Du gefällst mir, Alejandro. An alle Einheiten der schwarzen Hand, weitere Informationen folgen. Ja. Und los geht's. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. Huch. Alles okay? Das Auto lenkt sich gerade ein bisschen behinderhaft, muss man so zu sagen. Die hab ich ja schon ein bisschen aufgeräumt. Ich ziehe mal ein bisschen was davon, ne? Hehehe. Die Kapte war toll. Äh, jetzt sind wir Raketen. Scheiße! Ein Geschützturm! Ich kann hier aussteigen. Äh, okay. Geht das wirklich? Nee, glaub nicht. Muss mir mal die Beine vertreten. Achte auf feindliche Fallschirmjäger, Bruder. Feindlich ums Umreinsatzgebiet. Oh, come on, it's so nah, Flake. Woops! Bro! Bro! Ah! Ich bin hier fertig, die zweite Konsole kann ich zu Fuß erreichen, halt mir einfach die Gegner vom Hals. Auf jeden Fall haben wir da ein Auto, gut. Gegner hat Angriffe eingestellt, haltet die Augen nach ihm offen. Hä? Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Oh, 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 Kiko, weg da. Ist so doof. Ist das Ding halt mal nicht gehypt? Das Zielsystem ist unbrauchbar. Okay, du musst mich nochmal abholen, komm. Okay. Man muss ihn finden. Ich habe das Ziel gefunden. Okay. Dann mal los. Zurück über die Schlucht, da können wir nochmal über einen der Werfer fahren, oder? Das lässt sich sicher einrichten. Jetzt muss mal was mal hier reinkommen. Deko fahren, bitte. Danke. 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 Pass auf, es sind weitere Soldaten der schwarzen Hand auf dem Weg. Ja ne, hätte ich es nicht gedacht. Bastard. Komische Waffe, sehr, sehr komische Waffe. Wo ist denn der Typ hin? Kein Ding. Wenn es niemandem was ausmacht, schnappe ich mir ein Auto und mache nochmal einen dieser Sprünge. Okay. Helikopter im Anflug, wir geben mich zum Einsatzgebiet. Sichtkontakt zum Zielverlust. Da ist noch was. Das ist noch was.